immer dieser schweiz müssen sich übereinmischen juhu man hört sie nicht man hört das rauschen nicht toll das ist doch wunderbar man hört es nur wenn sie sprechen hört man das da auch was kriege ich wenn ich das bis zum aufnahmeende mache ohne einmal luft zu holen ohne einmal luft zu holen jetzt auch meine steller nun martin oh ja okay ich kenne juhu an seine stehler stehlerungen nun so sieht er das freien sagt gar nichts mehr kleine vorne das neverportal gehen wir jetzt schon auf den keks dafür habe ich wenigstens dafür habe ich später wenigstens eine gute fluchtmöglichkeit weil ihr dschungel weg zu rennen ist nicht so praktisch was machst du eigentlich da oben bei dir noch als erstes möchte ich jetzt ich denke ich hätte in den berg nämlich mein brauzeug reinsetzen und dann möchte ich gerne halt meine hauseinrichtung machen und noch mal meinen gehen johu an ja schützt nach kurz z okay ich gehe mich mal waschen im das kreis hat noch kein Bad ich kann mich noch ich kann mich noch nicht vorstellen ich habe auch kein Bad was soll die haben ich habe auch kein Breaking Bad kein Breaking Bad Reimpartner Martin von der tiefen Becker oder Käfer also ich spiele es nicht mehr weil es einfach so langsam vorangeht na wird immer langsamer ne ohja irgendwann brauchst du halt so für den neues Achievement so ein Tag und darauf habe ich überhaupt keinen Bock so lange auf meine Achievements zu warten ich habe mich noch nicht mehr zu tun auch Martin seit dem Montag die Kündigung wenn die Schritte los ich habe das erste Mal hier auf Flo ja wieso das ist da der Kinder geduldet Göricke mal gemacht ist lustig wo man sich weißt du was stimmst nach kurz ja das weiß ich die ganze stunden diese dann nach den fällen dann muss wenn du sie mir nicht vorgeben willst kleine spacken wie soll ich denn in den kraft kommen aber auch ein Glas falsch gesetzt habe ich kein Glas mehr das hat zumindest eine Busverbindung es ist mir scheißegal ob das eine Busverbindung hat Martin ihr habt keine Busverbindung ja Problem damit da kommt der Jürgen nicht sein Schätzchenbesuche ja richtig ach frag doch einfach Tom hat eine Busverbindung Tom ist auch ein Mobil der kann schon zu mir kommen der Penner ja toll weil er ja auch 15 schon ist du nicht? nein der Cruise mit seinen 50 km über die Autobahn ach du bist doch keine 15? Julian auch noch nicht du Kunde ja und? du sagst ja schon 16 ich weiß dass du dieses Jahr schon 16 wirst toll du bist ein dreiviertel Jahr älter lachen ohne laut ein bisschen Kopf rechnen muss oder können kriegen das kann ich nicht das merke ich Martin ist wieder voll herabgelassen ja tut mir leid Arschloch ihr scheißegal denn YOLO YOLO wie viele Level hast du eigentlich Martin? viele viele und ich möchte nicht schon wieder mit 25 Leveln sterben zu viele hmm Julian hat das richtige Wort gesagt das zu das macht ach seid doch einfach an ich hab übrigens doch zwei Leder ja diesmal bist du dran so warum er könnte ich hab ich hab dich das letzte Mal er könnte mich alle mal kreuzweise nehmen nur weißt du ich soll Martin töten okay ich dachte du würdest mich töten hättest du mich nicht so lustig gefunden nee dich doch nicht wir haben doch schon wir sind doch schon oft genug gestorben ja stimmt deshalb muss ich gut er ist du bist wieder in Führung gegangen da kenne ich jemanden würde jetzt sagen der Meister weiß was er kann und wie heißt die Person wisst das? nein die fängt mit L an und endet mit Aura was würde sie sagen ja der Meister weiß was er kann der Meister weiß was er kann der Meister weiß was er kann der Tag geht nicht in der Kieskanne auf pfff die haut immer so doof ich spreche raus der Tag geht nicht in der Kieskanne auf hey irgendwann irgendwann werden in Minecraft Neil Pferde implementiert äh Neil Pferde implementiert ja cool deine Mutter don't worry be happy ja Martin du wirst bald wirklich worry sein wenn ich runter haue dann weißt du aber dass ich das System aneinander runter haue ja werd mir ja sehen kommt klar bis dazu die auch manchmal alleine in einer in einem einzigen block auf ja ich denke mal schon ist aber voll selten eigentlich oder ja ich glaube es ist allgemein voll selten braucht doch kein Schwein noch nicht ja noch nicht ne dann oh notvoll wenig 3 für 30 level ich glaube so vielleicht machen sie dann auch die ähm so dass noch weniger lapis generiert wird ah dann frage ich dich wie es bei survival games regeln wollen was werden dann eigentlich allgemein komplett level abgeschafft oder ist das so eine weitere option du musst ähm lapis dazu machen um zu verzaubern mit level du musst die dazu bezahlen achso joan du hast doch bestimmt noch zäune gell bestimmt ich hab doch welche meinen thron ich auch wenn du bei mir guckst musst du mal bei ähm ach das eindruck brauchst du musst du mal reingucken wenn du bei mir bist ich hab noch 34 und ich darf noch einen stack haben darf ich mir dann drauf zu nehmen ja ok stimmt wenn du mir die die übrig bleiben zurücklegst wenn ich dir die die übrig bleiben zurück kriegst ok lege habe ich gesagt oder er gesagt zurücklegst zurücklegst du musst mal zum ohrenarzt gehen zum akustiker ja das macht mir nämlich angst wie schlecht du mich hörst was aber ganz schön viele gebrauchssachen ich wusste gar nicht dass melonen gebrauchssachen sind ich hab da voll viel drin ne ja na gut das ist jetzt kein richtiger kreis aber das ist YOLO swag ja komm dann mach mal ein Zeiss man findet so wenig irgendwie ich hab gerade mal 20 eisen gefunden in der Zeit hä was war das so so war der kreis nämlich schöner und was macht ihr so schönes ich bin zu stück mein ausheben ok 1 2 3 4 5 6 alter martin du hast ein übelst langes trip eingangen machen ich weiß ich weiß du hast kein einziger gefunden ich weiß ich weiß krass ich weiß ich weiß halt bitte die fresse ich weiß ich weiß ja Martin bitte geh zu Trice jetzt hab ich schon versaut mir fällt gerade nicht ein was ich sagen wollte aber wie heißt das scheiße mir fällt gerade kein baumarkt ein geht zu praktikern und kauft den Strick und dann häng dich ja geh zu obi und kauft den Strick und dann häng dich hat heute einer an COD zu mir gesagt Praktiker ja ich gibt es 20% auf alles ohne Aare alles ohne Stecker und Tiernahrung ja richtig schon so die aber nur vor kurzer Zeit irgendwie schon sondern es ist mit den Tiernahrung nur vor kurzer Zeit nur bis solange der Vorrat reicht deine Mom die ist irgendwann ausgeraucht ja also wo du die boost mit deinem wenigen mit deinem vielen Taschengeld weißt du wieso ich mir die ganze Spiele leisten kann Martin aha ja zu viel Cash wie du ausgibst muss man zu fly an seiner Etage machen na fly an seiner Etage kann ich perfekt mein Dach bauen das ist schön warte mal du brauchst zwei Bücher für einen Zaubertisch ne mhm ein Buch aber YOLO ja ein Buch und zwei zwei Diamanten äh mich ja richtig ich könnte die heutigen Zaubertisch machen aber ich hab zwei Leder ja ja dann macht es sich na gut wir können alles mit Level 1 verzaubern aber das bringt nicht wirklich doch doch bringt eigentlich schon eigentlich schon das ist dann fast so gut wie eine Järest man überall schon zahlen saß genau im Ende zum Beispiel Haltbarkeit 1 auf der Spitze das bringt auch einiges finde ich ja Haltbarkeit aber sonst halt wenn Effizienz 1 oder so ne kriege naja doch so geht's heute ich hab' selber die Tour geöffnet selten das warte mal hieß es warte mal hieß es es ist Bruchsteiner du sagst doch lappes dazu die selten ich hab' jetzt schon 49 ja du riechst doch auch nicht mehr da raus ich finde auch nicht wirklich das ist selten so ne scheiß hey Flo du musst mir kurz was an deinem Haus randalieren und zwar eine Fackel muss dich weg machen ok ja Martin mach dir wieder alles kaputt mach's aber wieder hin es ist ein spawner Creeper wie bei Julian mhm das habt ihr übrigens wahrscheinlich verpasst oder er gesagt die Aufnahme werdet ihr nicht sehen aber die Jungs sind schon früher reingegangen die beiden und haben gesehen dass in meiner Wohnung 2 Creeper sind und eigentlich wollten wir euch das zeigen und haben kurz gewartet also ich hab bis zur Aufnahme gewartet bis ich joiner als ich gejoint bin ist direkt ein Creeper neben mir explodiert und Martins Internet ist dann abgekackt und ja richtig der Barbar kann halt der Barbar kann halt der Barbar kann halt nischt ja ja so sieht's aus ach man ey ich wünsch mir ne Diamantspitzhacke mit Effizienz 4 und Halbbarkeit 3 so öde was hast du was hast du was hast du der dir nicht alles wünscht ich würde gerne Glück 3 Haltbarkeit 3 und Effizienz 4 ja mir reicht auch schon ohne Glück 3 da brauche ich wenigstens nicht ewig irgendeine Scheiß mir reicht schon ohne Haltbarkeit und Effizienz ja ich hab ja ne Diamantspitzhacke aber ich will die bevor ich die verzauert habe nicht so aus ausnutzen abnutzen so abnutzen klingt besser ausnutzen ja ich 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 nütze sie schamlos aus da gibt's keiner warm ich weiß sowas hast du jetzt eigentlich ne Hühnerzucht Flo? ne dafür brauche ich noch ein bisschen Eisen was ich gerade fragen hab die hab ich ja er hat meine geklaut meine Hühnerzucht ja er hat sie ich find das so lustig Martin regt sich die ganze Voll ach die ganze Aufnahme auf Flo Troll die nur die ganze Zeit Ende der Aufnahme merken wir dass er Flo getrollt hat ja nachdem er mich zu Tode getrollt hat er mich die ganze Zeit gelaufen dann hab ich das eine mit dem ... Flo ist in Wirklichkeit hier das Opfer nicht du schon wird hier die ganze Zeit für dich geärgert das mach ich dich gleich zum Opfer das sag ich dir das mach ich dir und ich dann die Schnauze infiel